Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Chemie. Herzlich willkommen zum Video Reaktion zweiter Ordnung, Reaktionsgeschwindigkeit. Zunächst die Lärmvoraussetzungen. Als erstes solltet ihr das Video Reaktion zweiter Ordnung angeschaut haben. Als zweites solltet ihr euch in Differential- und Integralrechnung gut auskennen. Es wäre wünschenswert, wenn ihr die Leistungskurse Chemie und Mathematik der 12. Klasse besucht. Jüngere Hörerinnen und Hörer oder auch Hörerinnen und Hörer höheren Alters sind herzlich willkommen. Zunächst einmal möchte ich an das Video Reaktion zweiter Ordnung erinnern, in dem wir die Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit in expliziter linearer Darstellungsweise formuliert hatten. Die Gleichung lautete 1 durch C ist gleich K mal T plus 1 durch C Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten zu haben.